Oh, Jhin will Mercy haben. Äh, Jhin will Lucio haben. Das Airs of May und dann... Oder? Ich hab Hoffnung. Oder? Jhin! Komm schon! Jhin! Drei, zwei, eins... Oh mein Gott! Jetzt können wir wenigstens verlieren und... Zurecht verlieren. Dass ich das noch mal erlebt hab. Die sind oben links. Ja, das ist ja auch Standard, dass man da rauskommt. Ich verstehe auch nicht, warum wir da nicht umgegangen sind. Oh, Mara so low. Dahinter ist ein Genji. Gengu! Der ist hier immer noch! Nice. Komm, wir pummeln den! Pummel, pummel, pummel! Aber die sind zu drinnen auf dem Punkt. Ja, wie wir den jagen. Einfach voll stumpf. Die haben natürlich zwei Sniper. Au. Ist das wieder Gengu? Ja, das ist Symmetra. Die haben keinen Tank. Die haben dasselbe Team wie wir letzte Runde. Warum haben die schon einen Tele? What? Deswegen spielt jeder auch irgendwas im Quickplay. Ja! Das hat nicht funktioniert. Aber ich bin auch gerade mit Sim Scheiße dabei. Ich nehm mal Diva. Ah ja, mit Sim mit. Ah ja, Scheiße dabei. Gegen Sim. Gehen wir Diva. Ich bin hier hoch, komm. Komm zurück, komm zurück. Senjata. 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 Senj... Mir ist das doch egal. Gengu. Ach, der Tele ist hier direkt. Weg, 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 weg. Ok, Tele habe ich den versaut. Gestorben wäre ich so oder so. Deswegen habe ich mich um Tele konzentriert. Nice play, Genji. Oh, einer ist gelieft. Das ist einer von den DPS. Vielleicht gehen wir jetzt den Vernünftigen. Widow. War das die Widow? Wir hatten da... Was hatten wir denn? McCree war das. Ja, stimmt. Nee. War Boxy nicht McCree? Ich weiß es nicht. Boxy ist Genji schon die ganze Zeit. Oh, die haben auch alles nur so Strahlhelden. Ach ja. Da kommt der nächste Strahl. Ich kotze gleich im Strahl, ja. Oh, Genji. Genji. Genji hinter uns. Genji ist hier. Ja, ich fress alles, was er macht. Cool, dass du drauf geschossen hast, während er reflektiert. Du hast doch gesagt, du frisst alles. Ja, was heißt nicht, dass du draufballern sollst. Junkred. Junkred. Oh, nice. Ich hol ihn. Hol ihn doch nicht, wo ist er hin? Der ist hochgeklässert. Oben, oben. Nice play for him. Der ist zwischen oben. Der ist nicht tot. Ach, wir haben der Widow ja. Oh Gott, der Junkred. Nein, der ist links rumgegangen. Das war das, was du eins zu eins predikten kann, ne? Natürlich kann man das predikten. Weil diese alle Widow picken. Und ich weiß auch nicht, warum so viele Widow... Also das sind ja auch Mains teilweise, die nur Widow spielen. Warum so viele Widow-Mains im Quickplay sind. Das kann ja irgendwie nicht passen so, weißt du? Ich bin down. Komm mal. Ich muss mal richtig hinsetzen hier. Ah, scheiße! Meine Olde nicht mehr auf den Punkt gekriegt. Lol. Äh, nee, das war's. Äh. Ja, ne? War eigentlich gar nicht so schlecht. Wir hätten nur zu Anfang schon als Team spielen müssen. Was? In einem Teamspiel? Naja, also... Oben... Links halt raus und so. Ja. Hm. Wir haben alle hier Soul-Dynasty-Skins. Ja, weil das die hübschsten sind. Das sind halt leider auch die hübschsten. Ich will mir auch einen holen. Das sind halt die coolsten. Was willst du machen? Als Road habe ich ein... Obwohl, Road ist hier geiler. Äh, als Road habe ich ein Bärchen oder ein Tigerchen auf dem Bauch. Da haben die... Ich glaube, die verdienen dann auch dadurch halt am meisten, ne? Ich weiß nicht. Dann sind das aber... Dann sind das noch Südkoreaner, ey. Dann sind das noch Südkoreaner. Das ist ja... Ist ja wie hier... Als ob der Luci mich direkt bucht! Wie das Team aus London hier, ne? Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Das sind auch komplett Koreaner. Das sind alles, alles Koreaner. Ja. Es gibt keinen einzigen Deutschen in der League. Ich glaube, das Europäischste sind Finnen. Aber ich meine, wie willst du auch sonst gegen Asiaten gewinnen, wenn nicht mit Asiaten? Die Korea... Die rocken auch alles, die Koreaner. Die gewinnen das auch alles, weil die sind zu krass. Ist Seoul das beste... Wer ist denn das beste Overwatch-Team? Ja. Ich habe da keine Ahnung. Ist es Seoul, Dynasty? Seoul, Dynasty und London sind halt die Koreaner. Die machen halt in ihrem... Die haben ja eine eigene League auch. Hast du mir jetzt den Kill gesnackt? Oh! Der hat überlebt wegen dir! Der ist hoch... Nein! Du hast ihn zur Kante gezogen. Das stimmt gar nicht. Der wäre auch so zur Kante. Nein! Der war schön in der Mitte vom Loch. Mach's wieder gut. Ich mach's wieder gut. So voll erschüttert. Oh nein! Schreib mal in die Kommentare, ob er wegen Goro wieder hochgekommen ist. Der wäre auch so hochgekommen. Ach Quatsch. 100 pro. Ich habe ihn an die mosige Seite gezogen. Ich habe ihn zu seiner starken Hand gebracht. Genau. Du hast ihn auf die gute Seite der Macht gezogen. Alter, wie ich hier gerettet werde! Ich will die Hand nicht. Ich will die Handraten. Nein, das ist meine starke Hand. Scheiße, hier ist kein Schock zum Festhalten. Oh, wo die Oriza mich hingezogen hat, ist gerade ein Stöckchen. Was ist denn hier los, ey? Was denn? Da hier Tyska wieder irgendwelche Spiele am Spielen. Was sagst du? Was denn für ein Alarm? Alarm! Musst du jetzt aufstehen? Alarm! 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 Jeder weiß sofort, was gemeint ist. Na, jeder weiß ich nicht. Das ist schon ein paar Jahre her. Ah, den kennt jeder. Alarm! Alarm! Urlesslyon! Oh, das ist eine tickce Ruh mesmo. Das ist doch nicht wahr. Der fucking Luccio verkackt mir immer meine Hooks. Ah, ich habe Angst! McCree-Mccree-Mccree Ich weiß. Er ist stehen geblieben. Er hat keinen Sinn mehr gesehen. Aber Tracer war hinter uns. Ich weiß, sie ist immer noch da. Was soll Ihr denn machen? Was hätte ich denn machen sollen? Umdrehen McCree, Headshot. BÄÄM! So wie du, als ich auf Rejo war! Mit meiner Shotgun! Da hast du auch das Ganze reingerotzt! Headshot mit Robodog! Es geht! Aber nur, wenn man wirklich alles in den Kopf nimmt! Dann machen wir ein Arcade-Spiel damit! Lust, wir sind noch hier? Alter! Da sind wir noch hinter uns! Ich hätte es fast wieder gut gemacht! Hier ist es für euch! Nice! Oh oh! Gut, dass du Shift gedrückt hast! Ja, wie immer halt! Tracer schmeißt das auf Uriza! Die sterben alle, oh mein Gott! Es ist wie immer! Tracer schmeißt das Ding auf Uriza! Uriza, Shift! Nichts passiert! Aber warum sind alle gestorben? Alle an Tracerbomb? Waren sie alle bei dir oder was? Tracerbomb und Genji Ult! Oh, Tracer hat eine Bombe geschmissen! Lass mal da hingehen! Die haben einen Turret! Wieso töten die eigentlich immer alles im falschen Moment, wenn die Tanks nicht da sind? Ich will nicht! Ich will nicht! Das ist irgendwie... Oh, sie ist so low! Sie ist... Meine Genji ist ja anscheinend nicht schlecht! Ich krieg sie nicht! Die wird immer noch hier rumhoppen! Oh, ich krieg sie nicht! Gengu! Tschüss Genji! Er hat sich fast selbst umgefasst! Ne, er ist wieder hochgekommen! Ich weiß! Deswegen sag ich ja fast! Oh nein! Ich musste nachladen! Anfängerfehler! 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 Oh, Tracer hat ihre Granate nicht geracet! Verdammt! Irgendwie das Gefühl, wir haben nur noch sie... Sieben... Sechs... Fünf... Wieso tönt der Genji alles? Vier... Und sobald's wichtig wird, nicht mehr! Zwei... Eins... Ich mein, ich hab die Runde auch nix gerissen, weil mir der... Lucium Neger auf den Sack ging! Ich geh auf den Punkt, Mann! Ach so, bist du schon! Ab Tracer! Ab Tracer doch nicht, weil sie sich wegblicken konnte! Oh, lol! Ich bin Waper! Ich drück W und links klick! Mehr hat er grade echt nicht gemacht! Der wusste nicht mal, wo ich bin! Ich hab einfach in jede Richtung geschossen! Ich bin da! Was ist das?! Ich versteh den Genji nicht! Der war so gut zwischendurch! Der war immer nur gut, wenn wir nicht da waren! Wenn wir nicht da waren! Da! Ich versteh das nicht! Und wenn wir dann da waren, ist er gestorben! Was ist das für ne Logik? Das ist unser! Ja, ich weiß! Zack! 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 Und wo waren wir? Nicht da! Da kommen wir gerade! Hast du gesehen? Da waren grüner... Alle am laufender! Der hat das immer gemacht, wenn wir nicht da waren! Das war ganz schön traurig! Ich hab diesen Genji jetzt echt nicht verstanden! Naja, keine Ahnung! Der brauchte halt den Space! Nee, der war ja gut auch! Und so! Aber... Irgendwie... Der musste alleine sein! Sonst ist er nervös! Der kann nicht, wenn jemand zuguckt! 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 Ich kann nicht! Das ist... Ich hab die Roto-Grunde auch nichts gerissen! Ich hab der Lucio oft runtergebubt! Die Hooks hab ich gemisst! Ah! London Spitfire heißen die! Die Skins kannst du halt auch vergessen! Also blau und orange! Was ist denn das für eine Kombi auch? Blau-orange ist eigentlich cool! Dallas Fuels vielleicht noch so ein bisschen! Dallas Fuels hat zwei Spieler, die ich nicht mag! Aber sonst... Also die sind so vom... Ich weiß nicht... Ist nichts Spezielles irgendwie! Das ist... Soul Dynasty ist halt schwarz! Das ist halt so das... Schwarz-Gold! Schwarz-Gold! Ja, das Beste! Hast du hier Shanghai Dragons, ey! Und... Rot... Gibt doch irgendwie... Shanghai Dragons ist McDonald's, Alter! Nee, die hier... Mayhem ist... McDonald's! Das McDonald's ist nicht eher rot! Florida Mayhem ist gelb-rot! Ja, aber... Shanghai Dragons ist auch rot-gelb! Ja, aber das... Also... McDonald's ist das nicht mehr gelb als rot? Ich glaube, die haben eher rot! Nee, M ist ja nur gelb! Alles andere ist rot! You sure about that? Mhm! Na gut! Ich find's hässlich, dass Junk Red eine dümmere Farbe bekommen hat als die anderen roten! Weil das Rot von Junk Red Skin ist anders als das der anderen Skin! Echt? Ja! Ja! Das ist blasser! So! Vielleicht NG-Pick? Ist das Buche da? Wo 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 ist das Buche da? Dich will jetzt mal Junk Red wieder spielen! Ne, hier... Ich spiel... Ich... Ich spiel sim. Schon lange nicht mehr gespielt. Und ein Lieber, bist du das? Was will er denn mit Turbion ohne Schild? Naja, zwei sind noch da Du und Fallen Ist das etwa Hat er die Goldwaffe für Turbion? Hui Wow, interesting Werde ich mir als nächstes holen Damit die Leute sich aufregen Das ist echt, Turbion ist echt die Trollgoldwaffe Aber warum? Weiß nicht Turbion ist ja aktuell auch nicht so stark Ich kann mir gut vorstellen, dass Turbion bald einen Buff kriegt Damit der Turbion wie früher noch krasser war Wie früher, Stufe 3 Stufe 3, Turbion, ja genau, den gab es ja Den gab es ganz am Anfang, ja Und in der Ult wurde der Stufe 4, ne? Ne, da hat er nur noch schneller geschossen Ah ja, da hat er schneller geschossen For real, gehen die Dive, Alter? Das ist für dich, Diva Das ist für dich Torben Diva ist irgendwie noch hinter uns Aber ich weiß nicht, wo sie ist Anna Anna, rest me Ne, Anna soll mal heilen Die stand da gerade AFK rum Hat nichts gemacht Diva ist hinter uns Oh mein Gott, wir haben eine gute Brüder Ah fuck, ich konnte nicht rein Ich bin down Hast du schon einen Teele hingestellt? Ne, ne? Ne, ist auf die Ah, sie sucht den gerade Das ist das Problem Ach so Ja, ja, sie denkt Du hast vielleicht schon einen Hab ich nicht Weil sie ist noch in dem Raum rumgeflogen Und hat geguckt, wo der Teele ist Aber es gibt ja noch keinen Du meinst den hier? Okay, das war worth it McQueen hab ich gekriegt Und dass der McQueen mich nicht geduldet hat Was sein, ist eigentlich eine Schuld Teele, hast du das? Sagst du, jawoll Ja Wo steht der denn? Hätte ich auch laufen können Hey, hey, hey Du brauchst denn helfen uns zum nächsten Mal Hätte ich auch laufen Lieber Ulf Ich weiß, eine richtig gute Eine richtig gute Symmetra Macht den direkt auf den Punkt Hinter die Gegner Damit sie den überhaupt nicht checken Ich hab den Teele nicht benutzt Weil ich kann ja laufen Ich hab ja gesehen, dass hier alle Ich kann laufen Hallo, I'm back Oh, Genji ist so low Sommer war auch low Erinnerst an den Punkt, ne? Ja, die Sommer Aber Gando will use this Ich lucht den Teele übrigens Hä? Hast du deine Turrets wann gehackt? Sie ist immer noch hier hinten bei uns Ah ja, die ist oben Hinten im Medikit-Raum ist sie Guck mal, wo der Reaper ist Wo ist denn der Reaper? Der Krieg kommt von oben, der will Ulten Reaper hat sich rein teleportiert Der wird's doch ne Ulti haben Torbjörn, wenn du noch einmal Hardwork pays off sagst, ne? Dreh ich richtig durch Sehr gut, Nephi Sombra ist immer noch hinter uns, ne? Natürlich Ist die wieder da hinten? Die war's tot Und ich mein die Sombra Wo war sie denn vorher? Die haben Junkrat? Bei uns gerade auf dem Punkt Einmal kurz Junkrat down Anna, Solo-Heal ist wow hart gerade, ey Das ist heftig für sie Sieh und Nephi? Nee, die Ult nicht wird gepoppt Genji ist Ulti Ja, ja Er ist geschnitzelt worden Nein, er hat mich in die Pfeile geschubst Wie kann das sein? Mit ner fucking Mine Hat er dich ordentlich kaputt gemerkt? Ich leb ja noch Ach come on Danke Der Torbjörn, er recht fliegt Der Ersache Oh, meine Turrets gehen ja alle kaputt Die sind abgelaufen Oh, das ist schlecht Oh Könnten wir mich beschützen, es tut mir leid Bist du da? Ich bin der Affe, der hier rumultet, ja Die Widows ist gut Ja, okay Es gibt auch gute Widows, ja Der Torbjörn ist auch gut, der macht auch so Ich glaub, die Sombra ist wieder da unten Die hackt hier wieder fleißig Lass sie halt hacken Aua, aua Haha, Genji Hätte hier laufen können Ach ja Ach ja Endlich mal ne gute Runde Oh Goodbye Tschadda One v one v four blocks Wow Danke Anna hat Solo Heat sehr gut gemacht Wenn das auch für euch das Highlight-Spiel war Dann Komm nach oben da Wir sehen uns das nächste Mal zu Overwatch Bis dahin Das war ein Tschööö Fuck Tschöööö . . . . . . . . . Bis zum nächsten Mal.